Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach euer eigenes Logo in diesem Fenster des MyPBX Clients einbauen könnt. Was ihr dafür benötigt, ist einfach nur eine Bild- bzw. Logo-URL, die dann hier in diesem Fenster eingetragen wird. Ihr gelangt über pbx-config-mypbx-preferences zu diesem Feld. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie groß das Bild bzw. das Logo sein sollte, könnt ihr über den Reiter Help rechts oben Hilfe bekommen. Hier wird bei Preferences eine Bildgröße von 220 x 150 Pixel empfohlen. Für unser Beispielvideo haben wir uns einfach mal dieses Icon herausgesucht. Klick rechtsklick, Bildadresse kopieren, füge diese URL in dieses Fenster ein, klicke OK und aktualisieren das Fenster von MyPBX und wie Sie sehen können, wurde das Logo ausgetauscht und so einfach geht es. Viel Spaß beim ausprobieren und bis zum nächsten Mal.